Guten Tag! Ullo LP am Start! Was denn? Da rumschmurzen Wir müssen zu Flash Lass sie den Hive Sexy Lady Sexy Lady Sexy Lady An der Hauswand Ich seh sie nicht Na der Hauswand auf dem Plakat Auf der anderen Seite Da auf der anderen Seite Da Stacey heißt sie glaube ich Siehst das nicht? Yes Daisys Okay Flugzeug singen Ich bleib in ihrem Gesicht hängen Sie sind Popel Ja vor allem Schwarzer Popel Eiu Ich halte mich an ihrer Lippe fest Das passt voll cool Noi Monorail Ähhhhhh Als Maul Level 30er und ich renne voll rein Alter diese Gebietstrennung ist göttlich ey Links Level 6er, rechts Level 8er und in der Mitte Level 30er Geil Wirds nicht langweilig Sooo sprich mit Flash Ich flieg mal zu dir Ja Ach Gott Schon müde oder was? Ja Alter hab ich mich angesteckt Ja gestern mit euch backen und heute früh musste ich hier arbeiten Ja 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 Geh schon mal rein Hast du den Loose verkraftet beim Beliertspielen? Ich glaub ich spiel mal bei so Dings mit Championships Draufschmuck mit Behörden Ja Aber assigal wie oft ich halt getroffen hab damit ey Das war echt mega Lack Flash Warum stehen wir so viele Leute entwickelt? Du kümmerst dich jetzt um die Insektenvernichtung Nett Ich werde bald wieder mit ihr arbeiten Na wo ist der kleine Flash-on-Out Ein Häftling ist auf der Flucht Ein Häftling ist auf der Flucht Und voll schnell Alter Das Insektenfied ist dann über Flash-Flie War Kerl das? Ja man Mega Häftling Uh Schadenmusik und nix sind halt Macht Du kriegst mich nicht gut an Sooo Sprich mit Wachmeister Vega Sprich mit Batwoman Sprich mit Satana Was mach ma? Na ich will grad mal wissen wo ich das Durch das Teil hinger setzt Wird da irgendwie Double klicken oder so? Oder Race klicken? Ist dann angelegt? Ah Okay Ja was soll ma machen? Keine Ahnung Lass mal an PvP gehen Jummi Jummi Gibt's hier Kaputt Wenn sie die PvP Warteschlange haben Wenn sie scheinbar zu betreten Okay da sind 4 Da sind 2 gegen 2 Warteschlange Ich bin Matt Robin Was 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 willst du denn machen? Keine Ahnung Drück mal Drück mal Y Und dann auf Legenden Steht da was? Legenden PvP Und dann? Bei Betthöhle 2 gegen 2 Betthöhle 2 gegen 2 Ja Kannst du da was auswählen? Kannst du da was auswählen? Äh Eigenklappen Grupp Also ich muss Ich warte jetzt auf dich Keine Ahnung Gesperrt 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 Keine Ahnung Kannst mich in deinem Inventar So ein lilanes Knüppelding auswählen Inventar Davidschaltest du Robinv Frei Ich weiss halt nicht ob ich ihn gleichzeitig zocken kann Aber auch denk schon Wär er doof wenn ich So was müssen wir das denn mal drücken Y Next Dann Robin Klicke bereit um fortzufahren Wo ist bereit? Da bereit Deine harte Schlange wird bearbeitet Ich hab Angst Ist ja voll gay Was? Robin Ah mit Robin Ah Komm die Schwuchtel braucht auch mal Aufmerksamkeit Hat ja sonst nix Ja Oh ok 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 War noch nie in der Arena drin Ich auch nicht Joker Gelbe Zähne Grüne Haare Kann nur was schönes Oh Oh Like a boss Uh Na ist ja unsichtbar Halt's mal Halt's mal Halt's mal Halt's mal Halt's mal Ja Der kann ja schnell rennen oder was? Wo Lol Junge alter Wie die raushauen Ich bin bloß Das ist ja mega fies Wie die raushauen Oh, ne. Wie viel? Hilfst du noch, oder? Ja, halt wieder. Ich mach Klappe. Am Anfang ist auch ein Rumpf. Aber irgendwie fällt der mit ihm ab. Nein, tot. Versteh ich's nicht. Ist er voll schwul irgendwie. Was können wir jetzt machen, ne? Mit den looten, oder was? Ne, komplett umbringen. Oh, hier oben steht noch eine. Haltungen für Schutz aufbauen. Vor allem die ist halt Level 30, ne. Fuck. Der die ganzen... ...knapp hoch... ...eimer knapp. Ja, okay. Oh, fuck. Das war's Falsche. Ach, ich hab die Dings getötet. Ich hab's gesehen nach hinten gesprungen, ey. Kommt jetzt wieder hoch, ey. Oh, die ist wieder da, ey. Das ist mega unfair, ey. Die sind Level 30. Wie ist das das denn bitte? Kann ich hier irgendwo Upgrade holen, oder so? Lol, hier ist das Batmobile. Halt's mal. Oh, ist er fast gehilt. Da hat er schon noch gehilt, die alte. Batmobile. Wo ist denn das? Kann das auch sein? Da! Kann das neben? Ja. Der Batmobile will dann rumfahren. Ja, das ist oberlangweilig, ey. Macht halt null Bock, weil die Level 30 sind. Oh, Halsmaul. Oh, E, Mister. Oh, E, Mister, haha. Oh, E, Mister. Ich fokuse sie einfach zu zweit weg, komm Oh, ich halte schon tot, wenn er Das ist voll behindert, oder? Wir sind uns vorbei Das ist ja assig, ey Ich fokuse mich halt ein bisschen in die Base herfuckt, der Huso Ich kann ja gerade hinterher What the fuck? Oberbehindert, ey Du hast verloren Na gut Verlassen Ah, sie gane Das ist einfach nur behindert, ey Level 30er und ein Level 13er Gegen zwei Level 8er, ey Aber lächerlich, dass sie es trotzdem noch geschafft haben, die ein, zweimal zu töten Oh, da ist der Theo, 62 Was? Das ist der Theo, 62 Das ist ein richtiger Schmock, ey, guck mal, ne Ich kenn keinen Theo Was behindert der Name Da, oh, das ist ein Schwert, ja Welcher Spaß heißt schon Theo, ey Ja Du behinderte Hits mal So, äh, keine Ahnung, welche Quest mach mal Äh, ich wäre für die Dämonen Äh, ich wäre für die Dämonen Dämonen außer Rand? Mhm Rand? Okay Gib sie zu, Metropolis Poinostar Poinostar ist, äh, Protostar Poinostar ist, äh, Protostar Scheißen Scheißen Ja Verschwinde Reicht um euer Leben Keine Ahnung, müssen wir in die Richtung? Das wurde mir eben hier angezeigt, jetzt ist... Ja, da ist ein Fall, aber Okay Kommen wir da hin? Ja Wie cool aus mit den Autos da Wie cool aus mit den Autos da Was für Autos? Da vorne, die Lichter von den Autos Wie cool aus Wie cool aus Ja Das hat alles von Whatever, man Wie cool aus Wie cool aus Wasser zu Bunnyhoppen sieht gut aus Wie cool aus Aber hier so das Wasser-Rave sieht geil aus Einfach schwimmen Einfach schwimmen 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 Tschüss Tschüss Der blöde Pfeil wird mir nicht mehr angezeigt, ey Ja schon Ich hab keine Ahnung wohin, ja Ich geh jetzt einfach mal in die Richtung und hoffe, dass es hier irgendwann angezeigt wird Alter Vorderherr Wichse die live Was? Wichse die live Der wichst sich ein live? Wichse die live, man Was? Nix Wie bitte? Nee Wichse die live Du hast es verschissen, ey Dein Wunder Okay Brainyanf Anfallzone Ach so ff Was ist denn das? Ey, hier ist Tod und Zerstörung, bestimmt müssen wir hier hin Ja, ich fliege Richtung Pfeil Ja, ich fliege Richtung Pfeil Aggressive Level 30er, hm Kaputtes Haus, hm Was? Ja, ich fliege Richtung Pfeil Ja, hier sieht es aus wie Chinatown, ey Guck hier, die rennen schon die Linglings durch die Straßen, ey Ja gott Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Toyota, Mitsubishi... Suzuki, Haraki... Kawasaki... Arakiri... Sushi... Hadouken, Shoryouken... Ach, da hinten leuchtet's schon. Ich kann nicht. Ich folge dem Fall. Folge dem Fall. Nimm, 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 nimm. Mannheim, chinesisches Theater. Wat? Mannheims? Loll. Dum, dum, dum. Da ist nix. Arschbombe! Derp. Die Joker-Tosse hat krasse Titten. Wir haben jetzt eine komische Vogelscheuche mit einer... ...Kanate. Vogelscheuche... ...Kanate. Satana! Aldo, was ist los? Siehst du heiß aus. Wir müssen mal labern. Halt's, Mäus. Danke für deine Hilfe. Ich ersuche dich als jemand, der sich im Kampf bewiesen hat. Dead Ass! Dr. Fates Schutzzauber gegen Trigon ist gebrochen. Jetzt toben Trigons Dämonen durch den Tomorrow District. Die Kräfte der Wissenschaftspolizei reichen nicht aus. Verteidige uns gegen dieses Übel. Und beeil dich. Begib dich zum Ziel in Metropolis. Lol. Begib dich schnell zum Dämonenangriff im Tomorrow District. Das steht bei mir. Ich muss mich zum Metropolis bewegen. Ich muss mich zum Metropolis bewegen. Mal eben die Map checken. Wo ist denn das Tomorrow District? Tricked. Ich hab'n Fire. Ja. Zip, dip, fire. Zeigt der Fire hin? Bei mir hängt es gerade. Oh, da hinten. Okay. Ah, jetzt. Ich fliege mal. Ich laufe mal. 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 Was muss ich denn da machen? Weiß ich mich noch nicht. Schmetze. Woah, was geht denn hier ab? Alter war das ein Profitreff. Und zurück. Und stopp. Hä? halt das maul was war da was war da wo denn wo denn sind deine punkte hier noch punkte geht nie ab was sind das für pros ein halbzimmer alter das ist egal was man was mit als voller sachen so typen machen kann später so aussehen können metro taxi der sache diane daimon steht auf einmal ein auto in meiner fresse als man wieder nur schmuck restaurant Komisches Hochhaus da. Tiefen Teufel. Trigons böse Energie erscheint in dunklen Kugeln. Bringe Trigonische Kugeln zum Kreis der Einige. Nein, nein. 1. Cool. Deine Seele gehört ganz uns! 2. Trigon wird befreit werden. 3. Ich mach die Drecksarbeit. Ich geh Eier aufs Klicken. Mach ich auch auf. Raumball Eier. Trigon wird befreit werden. Trigon wird befreit werden. Halt es mal. Du kriegst gleich eine Faust. Die greifen mich schon wieder an. Ich glaub die... Boah, die legt es doch an. Jetzt reicht es mir. Blutpriester Chronik. Diese einst schwache Heilungsschriftrolle wurde von einem von Trigons Söhnen mit der Macht der Wolllust durchwirkt. Die sind ja richtige Dämonen. Ich bin ein Gründer. Reiner. Okay. Du bist ein Gründer. Zu Trigon schicke ich deine Seele! Der ist denn Trigon? Trigons Macht erliegen! Ach, der schloss den an. Der Böse halt. Ja, ja. L. Polierte Eisenholzschlaufe. Habt ihr, meins. Deine Seele gehört ganz uns! Oh. Oh, wie's grad laggt. Oh, ich glaub, er hat jetzt noch zwei. Du kannst das Schicksal nicht aufhalten. Ja. Äh, ja, sag mal kurz. Du. Hallee.